Was soll denn das ganze Byzantinische Bismarck-Theater hier? Du hast dich doch gestern noch zu archaischen Ritualen an einen Bismarck-Club verabredet. Look, I personally think that Black Bismarck is some post-colonial propaganda project. Ich denke, Black Bismarck, das wird ein antikolonialer Agitations-Abend. In Aachen steht ein Bismarck-Turm. In Altenburg steht ein Bismarck-Turm. In Altenkirchen steht ein Bismarck-Turm. In Arnsbach steht ein Bismarck-Turm. In Kamerun haben sie sogar ein Wort. Wenn sie zum Toilet gehen, sagen sie, ich habe was mit Bismarck zu besprechen. Und ja, wir haben auch etwas mit Bismarck zu diskutieren. Zwickau, der steht der allerschönste Bismarck-Turm. Das ist die Angst, die eins so aufführt. Aber was ist dieses bleich-weiße Kapitel über das Weiß, das wie eine weiße Flagge aus einer feigen weißen Sehle? Man sieht mich, man sieht mich nicht. Just look like them, then they don't do anything. Insgesamt soll dieser Kongress, ich will das als deutsche Bundeskanzlerin hier nochmal deutlich machen, Ihnen ja sagen, dass Sie entweder in Afrika engagiert sind, ein Herz für Afrika haben oder eben aus Afrika kommen. Gibt es einen Trieb von innen nach außen, einen inneren Antrieb zur Expansion, eine Art Kolonialtrieb? Man sieht euch, man sieht euch nicht. KU-3 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 KU-3